Hallo, hier ist mein Küchner Mitrichter, Zykkurler, Prostikurler und unserem kleinen Stuffing Gamer spielen wir zusammen Five Nights at Wampirscher 2. Wie ihr wisst, und wenn ihr meinen Kanal verfolgt, habe ich schon Wampirscher gespielt. Das ich ja als nicht so besonders gut empfunden habe. Dann lass uns mal überraschen, ich glaube es ist ne Demo, ich weiß es nicht. Was will ich tun? Ich hab keine Ahne. Ah mit Space, mit Leertaste. 12... Sieh wieder das? Man weiß, was man drücken soll. Dann fangts ja schon mal an. Leertasche... Oh, what the... Klick. Cool, Willi. Das ist sehr schön. Klick. Cool, Willi. Man kann nur hoch und runter. Was ist da? Ach, coole Animation, oder? Ach, nicht. Was? Und warum ist hier rot? Moment, Moment. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, ist das... Jetzt ist es offen. Was? Was? Man kann nur hoch und runter. Man kann nicht links oder rechts. Was? Was? Ich sehe... Was? Ich frage, ich frage sehr schade, warum? Gesehen haben wir ja keinen. Game over. Es ist genauso wie der Vorgänger. Continue. Oh, Jesus Christ. Spasiba. Hahaha. Bedanke ich mich eigentlich für so eine Scheiße, oder was? Ach nee, Leute. Im Prinzip. Im Prinzip. Im Prinzip müsstest du ja nur die Tür zulassen, oder? Aber dieses Geräusch, die versorgt. Leute. Wer war... Hab ich irgendwie eine Lichtfunktion? Nee. Wir sehen hier keinen. Das ist Vampirsch. Das ist Ballerina, das weiß ich. Aber wo ist jetzt Chica? Wo ist Chica? Oh. 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 Da fangst du schon an, ne? Da fangst du schon an, ne? Oh. Härte rum bitte. Hör doch auf. Ihr wird schlecht. Ihr wird echt schlecht. Was muss ich jetzt machen? Was war das? Was habe ich jetzt gedrückt? Ihr, ihr, ich hab, ich hab, ich hab... Oh, Leute, na, ah, geht, ah, nee, geht was, nein, ich mach das nicht. Da, da haut mir doch, da haut mir doch das Brain weg, verstehe ich, wenn ich sowas sehe. Aber wirklich, da beamt es mir ab ins Nirwana. Oh, ist er heute? Erlebt es mir doch am Buckel, oder? Das war fast als ein Vampir-Chateau. Genauso wie der Vorgänger... ...iserabel. Ich verlag mich bei euch für's Zusehen. Ich würd mich freuen mehr, wenn ihr einschalten würdet. Aber wenn wir uns gar nicht. Bitte beendet doch dieses Video. Schreibt was in die Kommentare, ob ihr meiner Meinung seid. Und falls ihr noch keine Ahnung habt, dann würde ich aufs Köpfe drücken. Press die Headbutt, was am Scriber-Channel ist. Genießt das Leben, enjoy your life, habt Spaß miteinander fahren. Bis zum nächsten Mal. Ich hab' einen schönen Video und wickel dich an uns. Euer Logs-Digern in the Second. Bye, oh, Jesus Christ. Bis zum nächsten Mal.